Auf dem Weg zum Bumerang werfen. Wo ist er denn? Wir haben schon gleich einen Zuschauer auch. Da ist der zweite. Ist ja cool. Mein erster Bumerang selbst gebaut. Mal schauen, ob er fliegt. Die Luft kommt noch da. Ich bin gespannt. Cool. Mal. Hast du einen Traubahn nicht? Wenn er fliegt nicht, aber wenn du ihn wirfst. Versuch mal. Ich sehe es nicht, es blendet. Ich sehe es auf dem Display nicht gescheit, wenn ich dann schaue. Ich sehe es auf dem Wind. Wow. Ich sehe es auf dem Wind. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020